Guten Morgen, das sind meine Chickens. Sind sie einen Monat alt, aber von wegen in ihrer Kiste. Das is what they do. Die machen sich's auf meiner Couch gemütlich. Na ihr? Ja, ja. Wie gibt's die nächste Runde? Das ist Beckles rechts. Das ist unser Lieblingschicken. Und es ist so kalt hier, jetzt sind sie alle am Kuscheln. Sagt mir alle guten Morgen, cheap, cheap, cheap. Das hier hat zum Beispiel schon 350 Gramm auf die Waage. Ja. Fast alle Federn. Alright, bye, bye.